Yeah, da sind wir auch wieder zurück bei Let's Play GTA Online. Einer kleinen neuen Runde, diesmal eine Mission, die wir starten werden. Rückführen aus El Burro, lieber Grund. Aha, ich freue mich auch, dass ich dabei da darf. Es wird bei dir auch eine ganz tolle Sache. Vor allen Dingen, nachdem wir die ganze Zeit immer Autorennen gemacht haben. Muss einfach mal was anderes her. Es muss einfach, obwohl sie Autorennen echt gelohnt haben. Ey, denn Tobi ist doch so ein alter Latino-Gangster, der darf jetzt schnell den Text vorlesen. Diese Latino-Gangster immer am Rumprotzen. Ist dir das aufgefallen? Ich habe einem Typen aus El Burro Heights ein Männerauto auf Kredit überlassen. Einen orangefarbenen Dominator. Aber seine Dominator ist alles andere als menschlich. Männlich. Daher denke ich, wir sollten ihn uns zurückholen. Das ist Gangebiet, aber du kannst ja hart durchgreifen, oder? Du bekommst damit klar, gut. Ja, das kriegen wir hin auf jeden Fall. Das ist gut, da kann man Geld mitmachen. Gut, dann nimm mal an und los geht's. Ja, der Gronkh, der levelt hier super schnell. Guck mal, der ist schon Level 16 und der Sarraza ist Level 12. Hammer. Ja, vier Level gemacht. Während unserer riesen Aufnahmesession hier. Ja. Unglaublich. Mit Tränen und Freuden. Ohohohoho, wie geht denn das Auto hier? Da vorne müssen wir hin. Ich glaube, wir müssen uns schnell eine Karre schnappen. Dominator, spring mal rein hier in die Flitze hier. Warte, bleib doch mal stehen, ey. Es passen doch nur zwei rein hier und dich nehm ich nicht mehr mit. Du hast mich umgefahren. Ja, natürlich hab ich dich umgefahren, weil du ein Arsch bist. Ich fahr mit dem Erich. Du hast einfach mein Auto geklaut, du Arsch. Ja, deswegen müffelt es auch ein bisschen hier drin. Nach Gleitgel und Haargel. Gleitgel brauche ich nicht, mein Freund. Oh, Spucke hilft da auch immer. Ist der so klein, oder was? Ich wollte ja nicht in den Rücken fallen. Aber das hat sich so angeboten gerade. Ich würd mir das nicht gefallen lassen. Das wär, äh, das wär, warte ab, Gronkh, warte ab. Nein, bitte nicht wieder das Gleitgel. Nicht den Dreizacken wieder. Hui. Wie bei, äh, bei South Park. Ich kann die Straße hier gar nicht einsehen. Ich kann die, Alter! Ja, ich merk's. Das war bestimmt wieder, äh, Kratz. Wir müssten den Tobi Nator zurückbringen übrigens. Ja, wir im Moment auf dem Crew-Ding, auf jeden Fall. Also, ähm, diesmal keine anderen Spieler, weil wir haben gedacht, die Mission ist ein bisschen problematisch. Vor allem waren wir grad wieder auf dem offenen Server, aber da kam gleich wieder einer an, der hat alle umgeschossen und... Also, ich find das ja immer lustig, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber nicht so nur Übertreiber, nicht so nur Übertreiber, weißt du? Ja, aber den kann man auch dann killen. Der verliert doch mehr Geld, wenn wir vier Mann killen, als... Ja, aber das Problem ist, das Problem ist, wenn du als Crew oder als Freunde unterwegs bist mit zehn Leuten, du kannst den Typen nicht ausfindig machen, während er aber einfach alle Punkte umdieten kann. Du kannst ihn auch markieren. Der ist klar... Ja, super, siehst du ja total gut. Das klingt voll gut. Ja, haben wir letztes Mal festgestellt, wie deutlich der dann auf der Karte zu sehen ist, einfach. Ich muss dazu sagen, äh, es sind teilweise Spieler, die auch echt darauf abgesehen haben, einen Gänzer zu töten, die das auch noch... Ja, ja, eben. Fahr hier querfell ein, Ronk, Abkürzung. Deshalb denke ich auch gar nicht mal, dass die 250.000 so viel jemanden bringen. Ja, geil. Ja. So holen wir den noch. Weil die werden sich alle gegenseitig ohnratzen. Oh, oh, oh. Das war... Hab ich nicht gesehen. Boah, wisst ihr, was geil aussieht... Alter, was denn hier? Wenn du über den Hügel fährst und dann siehst du im Hintergrund die Skyline im Dunkeln. Das sieht so hammer aus. Skyline im Dunkeln! Ich Skyline! Lass mal hier warten, lass mal hier warten. Ja, 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 ja! Ja, geht schon los. Toll, Dennis. Der Dennis ist immer so, der ist immer so. Der ist immer so, der Team-mäßig hat der einfach keine Eier. Hat der mit der Tür mitgenommen, hallo? Was ist denn da los? Alter, du hast schon angefangen. Ja, weil der Tobi auf den Knopf gedrückt hat. Okay, wir sollten aussteigen lieber, ey. Ich hab gesagt, lass uns warten. Oh, erstmal mit der Faust in die Luft hauen. Geil. Das wird's denen zeigen. Ja, ich bin tot. Nicht dahin gehen, nicht dahin gehen, Sarah. Nicht dahin gehen. Warte mal, ich mach das anders. Geil. Ja, ich sag nicht dahin gehen. Hab ich sehr gut gemacht, oder? Ja. Nein, 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 nein. Alter, Falle, geh mir doch nicht in den Schutzfeld. Der lebt noch. Nicht mehr. Nicht mehr. Also ganz ehrlich, der kann hier so super seine Gangleute bezahlen, aber nicht die scheiß Karre, oder was? Das stimmt. Der hat irgendwie eine Million Typen. Für welches Level ist denn hier die Mission? Oh. Ist niedrig, ist niedrig. Easy going. Ja? Ja, ja. Hier ist doch keiner mehr. Worauf ballert ihr eigentlich die ganze Zeit? Ach, hier ist der. Hier ist der Tobi Nator. Ich bin drin. Ich auch. Na, super. Oh, hallo. Tobi, was machen wir denn jetzt? Ich würde ich sagen, aber... Wir müssen die Karre schnappen und dann müsst ihr mit uns kommen, weil wir haben gleich Kops am Arsch und alles. Ja, wir nicht. Wir nicht. Wir sitzen ja nicht in der Karre. Ich werde beschossen. Pass auf, da kommt ein Auto von hinten. Erik. Okay. Habt ihr uns einfach im Ganggebiet zurückgelassen? Da kommen Karren. Tobi, kommst du klar? Ich bin tot gleich. BAM! Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Totinator. Oh, fuck, Alter, die werfen uns hier. Die wiegen uns die Kugeln um die Ohren. Die wiegen uns die Kugeln um die Ohren. Hier ist eine Karre. Ah, super, super, super. Alter, was macht der denn? Das war nur ein normaler Passant. Liebe Haftbomben, Alter, die sind so geil. So, ich hoffe, ich kriege euch noch. Was war das denn? Also, da kommt einer. Okay, wir haben die Abgang. Nee, ist alles easy. Nee, da kommt. Alles gut, Alter. Oh, oder doch. Ich dachte, okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. Ich finde es gut, dass wir in dieser Folge mal Auto fahren. Ja, ich meine, das wie heißt Grand Theft Auto, ne? Aber auch mit Fahrrädern. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das hier wäre, man. Oh, der Job ist fertig. Wieso schießen die auf uns? Wir haben doch kein Auto. So, das Auto ist ein bisschen demoliert. Ach, super. Super, abgeliefert. Alter, ich habe mit der Haftbombe gerade echt Erfahrungspunkte gesammelt. Geil. Ja, 2000 Dollar immerhin. Das ist doch gut. 980 Erfahrung, also RIP. Bestanden. Das geht. Das geht schon. Japan, Punkte 15. Das ist schon gut. Na easy 2000, das war eine easy Nummer. Oh, ich bin Level 21. Und ich bin Level 13. Ich bin Level 20. Ja, Gregor. 2000 Dollar ist Geld, ist ja alles Geld hier. Geld ist important. Es importiert das Geld. Wir können ja mal Top-Fun machen, das ist bestimmt lustig mit euch. Ja, ach du Scheiße. Waffen-Rundfahrt, aber nur ein Rennen wollen wir ja nicht. Wollen wir mal Top-Fun 2, komm. Was ist denn das? Ja, lass dich überraschen. Die einen fliegen Jet und die anderen hauen ab, aber ganz ehrlich, ich will kein Jet fliegen, weil ich muss das vorher üben. Na komm. Na komm, vielleicht sitzt du ja im Auto. Ja, was willst du denn sonst machen? Soll ich aktualisieren? Nee, komm lass. Machen wir Top-Fun. Es gibt zwei Top-Fun übrigens. Töp-Fun. Wollen wir Töp-Fun? Top-Fun ist überhaupt nicht an Top-Gun angelehnt oder so. Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Du fliegst übrigens mit Tom Cruise. Ach cool. Missile. Der hält dir den Knüppel. Du lässt doch Scientology, mit dem will ich nicht fliegen. Der hält dir den Knüppel. So. Schwierigkeit. Schwer. 1,5 RB. Alter, wie schnell die mal beitreten, ne? Sollen wir schwer machen? Ich will mit spielen, ich will mit spielen. Ach, da kommen ja neue Leute rein. Ja. Klimausgewogenheit ein, ne? Hauen sie rein. Aus. Oder ein. Mal mach ruhig ein. Ja, gut. Ein, dann stelle ich dir einen bei. Ich hoffe, ich muss kein Jet fliegen. Dann hab ich schon verloren. Wenn du von Flugzeugen gejagt wirst, solltest du lieber einen schnellen Fahrwagen holen. Untersatz haben. Ein Team von Läufern vor dem LS International versucht, in Voltage-Sportwagen zu entkommen, während Jäger sie in La... Was? Lazerjets. Lazerjets verfolgen. Du hast nur ein Leben, also achte auf dich auf deinem Weg zum Almosen. Zum Almosen. Der gute Almosen. Wenn einer der Läufer durchkommt, haben sie gewonnen. Ja. Entwertung 81%, erstellt von Rockstar herforderlicher Rang 15. Ach super, Currywurst. Oh, Currywurst ist super im Fliegen. Der Homeboy. Also wenn der fliegt, kann man verloren. Ja, dann hoffe ich, dass ich auch fliege. Vom Server. Das passiert bei GTA Online nie. Tritt bei, bitte warten. Black Piaze. Ja, das ist wenigstens ausgeglichen, das ist gut. Ja. Oh, guck mal hier, GTA Next. Oh, geil. So, der höchste hier im Rang ist der hier. Der Sarazar, mental. Sag mal, bei GTA Next, wieso hast du als Team-Technik Next genommen? Das, ja, das stimmt. Ja. Hm. Hm. Verstehen Sie? Verstehen Sie, mein Dammutern, ja, hier ist der Gregor und der Sarazar. Ey, wäre lustig, wenn wir zusammen gegen die antreten würden. Das wäre so geil jetzt. Ich bin ja dafür, dass der Gronkh auf jeden Fall Jet fliegt. Ja, das würde ich auch sehen. Das wäre eine kurze Mission. Boah, nachher voll am Abgehen, alle am Fertigmachen. Ich trau mich schon wieder. Boah, ich bin auch mega schlecht da drin. Du bist so, du bist einer immer so. Ich weiß, ob ich in Gronkh landen musste, das sind meine Jet-Erfahrungen. Ja, du bist immer so einer, der immer so von hinten das Feld aufrollen, weißt du? Wie beim Autorennen. Erst schlecht und dann holt er den Ersten. Ja, naja, aber nur in einer Runde. Oh nein, wir müssen, Alter, das mit dem Fahren ist richtig krass. Wir fliegen. Ihr fliegt? Ich will fliegen. Der Gronkh, der Tobi. Okay, der Sarazar fliege. Ich brauche mir keine Sorgen machen. Oh, Alter, fängt er gut an. Doch, ab, die Post. Das ist noch was vor nicht. Ich saß noch nie im Düsenjet, nur in diesen komischen Propeller. Wo muss man denn? Boah, Alter, die Strecke zu finden ist natürlich auch super. Ja. Der Wagen ist aber extrem geil, den ich gerade fahre. Wie tue ich noch mal, packe ich noch mal das Fahrwerk rein? Rechter Stick. Rechter, linker Stick drücken. Ich sollte nicht. Ich folge dir, W.O., du fährst falsch. Wir sollten nicht so naheinander fahren, das ist überhaupt nicht gut. Ja. Ah, ich halte mal ein bisschen Abstand zu euch. Scheiße. Sehr geil. Okay. Boah, 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 auf mich wird schon geschossen. Hilfe, ich möchte mich gut sagen. Boah, ich bin tot. Currywurst, Alter, du Drecksack. Hat der Currywurst dich geholt? Ja. Der kommt schon. Boah, Alter. Alter, Alter. Hinter mir fliegen die Bomben in die Luft. Fuck it. Oh, nein. Nein, 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 nein. Gron, komm. Bleib am Leben. Boah, puh. Über mir die Jets. Sie haben mich aber nicht erwischt. Puh. H.B. Alter. Ich kack ins Essen. Boah, ich bin einfach nur am Fliegen und es ist mega geil. Ja. Düsenjetfliegen ist der Hammer. Ja, das stimmt. Es ist auch geil, dass ich mit den Racken... Zwischen den Häusern fliege ich jetzt entlang. Gleich höre ich nur. Scheiße. Drei Millionen kostet, wenn ihr die einkaufen müsst. Drei Millionen? Ja. Falsch noch dreimal Rennen habe ich gewonnen. Boah, boah, boah. Boah, hinter mir fliegt alles in die Luft. Alter. Boah, Alter. Fuck it, Alter. Wer ist denn da wieder am Bomben? Currywurst ist der Hammer. Der war halt hinter dir, Eric. Yeah, bitch. So, guck mal. Currywurst ist der Hammer? Geil, Alter. Ich habe gerade unter der Brücke gehalten. Ah, ich glaube, ich habe ihn erwischt, aber nicht richtig. Boah. Alter, scheiße. Das sind keine Missionen. Boah, voll spannend. Wie viele Jets sind denn in der Luft? Das sehe ich leider nicht. Okay, es sind noch drei Kilometer, Leute. Noch drei Kilometer, dann haben wir es. Oh, oh. Oh, oh. Der Rast, ich habe so einen Raser vor mir. Da oben ist ein Jet, ihr kleinen Pipimander. Ich bin das. Keine Sorge. Bin ich gerade an dir vom... Nee. Ich lasse euch gewinnen. So könnte ich auch sagen. Oh, scheiß, ach, ich bin hier falsch oder was? Gefallen, ja, weil es hoch muss. Aber hier kannst du auch hoch, hier rechts. Ich kann euch jetzt anvisieren. Ach, scheiß drauf, ich kann hier auch einfach wenden. Jetzt bin ich gleich gebeute, weil ich... Boah, Gott sei Dank habe ich ja gewendet. Gott sei Dank habe ich ja gewendet. Scheiße. Scheiße, ich habe mich überschlagen. Okay, Alter. Wer ist vor mir da? Okay, der Kampfjet hat einen gerade anvisiert. Okay, der ist gewesen. Kann das sein, dass du verrächtigst? Fahr, Fahr, Alter. Ja, ich fliege sehr tief. Ja, ich habe dich gerade gesehen. Puh, Alter. Ich glaube, das war das... Walle, warst du das gerade? Nee, 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 nee. Irgendwer schießt da oder auf mich? Ich bin direkt vor euch am Fliegen. Dass ich noch lebe, ist mir ein Rätsel. Ich walle euch jetzt nicht ab, oder? Fahrt mal durch. Nein, komm, du musst da ja auch schon was machen. Du musst da dein Team supporten. Ja. Zeig mal, was du drauf hast, Jun. Yeah! Hahaha! Blämierst du... Zeig mal, was du drauf hast, Pum. Ich bin einfach ins Haus rein. Nein, Alter! Ich habe so einen kleinen New-Turn gemacht. Oh, geil geschafft. Geil. Er hat gewonnen, ne? Das war ein... Ach, geil! Das war der letzte Pilot, glaube ich. Puh! Das war richtig krass. Ja, gut, ihr habt natürlich auch gewonnen wegen meinem Harakiri-Manöver. Aber ich hätte euch eh nicht mehr gekriegt. Nee, ich glaube, einer ist angekommen. Ich bin mir gar nicht sicher, oder? Oder? Ich weiß es gar nicht. Das kann natürlich auch sein. Die Runners haben gewonnen. Hammer. Puh! Krass! Was ich mir jetzt wünschen würde, dass man jetzt in die Rolle des Kampfjet-Piloten schlüpft. Also, dass es nochmal umgedreht ist. Aber das ist leider nicht so. Ja, wenn du eine Wiederholung machst, ne? Aber es ist halt echt lustig. Macht einfach saugeil Spaß, mit dem Kampfjet zu fliegen. Schon für Wiederholung? Oh, nö, oder? Ah, hilft ja nicht. Echt? Wollte gerade zum Pia mit Deathmatch oder so. Ja, finde ich auch geil. Ja, komm, dann gehen wir dahin. Das ist ja viel lustiger. Drei. Ah, komm, noch einer! Einer! Einer, ey! Nee, Pia! Pia, Pia, oder? Komm zum Pia! Komm zum Pia! Pia haben wir auch schon gespielt. Deathmatch ist es. Nein, das ist Deathmatch. Das ist Deathmatch, ja. Wie soll ich denn beim Deathmatch mit meinem Skiskill irgendwie was ausrichten? Aber es wird wohl auf die Wiederholung kommen. Oh, vier zu vier. Was kommt jetzt? Hä? Was war uns entschieden? Jetzt kommt die Wiederholung wieder wahrscheinlich. Jetzt kommt die Wiederholung. Das ist ja wie RTL, scheiße. Frau Kuludewig vulneriert das jetzt hier. So. Okay, ich bin mal gespannt, wer hier fliegt. Clem Essef ist wieder der Horst. Der Horst. Der Horst. Wie fliegt man eigentlich, Walle? Fliegen halt, ne? Macht doch mal Schwierigkeiten. Dann ist alles okay. Das ist gar nicht so schwer. Macht doch mal Schwierigkeit höher, weil dann kriegst du mehr Erfahrungspunkte, mehr Geld, oder? Schwierigkeit normal. Ja, würde ich so machen. Ja, stimmt. Wir haben ja keine Computergegner. Da geht das ja easy. Easy going. Ja. Ja, hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich. Ich meine, ich bin sicher. Aber das macht einfach Spaß. Also das Fliegen macht einfach Spaß. Ich bin halt noch voll schlecht, kriege keinen abgeschossen oder so. Obwohl ich's hab's probiert. Hätte auch ich fast gekriegt. Das hier eigentlich auch mit Auto-Aim, ja, oder? Ja, ein bisschen. Du hast halt so eine Lenkrakete. Aber das ist nicht so leicht. Der muss dann erstmal grün werden. Du musst ihn die ganze Zeit anvisieren. Also das ist schon... Du musst auch relativ dicht an ihm ran liegen. Ach, ich fahre eh wieder. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ich glaube, ich fahre auch. Nee, ich bin wieder im Team. Nee, ich bin im Kamm. Oh, 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 oh. Achso, geil, geil, geil. Scheiße. Meiner, meiner, Tobi. Okay. Rein in die Maschine. Scheiße. Liebe Freunde, ich werde jetzt sehr versagen. Alle hinten. Ach, geht die Post. Alter, lustig ist das. Wie fliegt man das Ding? Ich hab keine Ahnung. Wie macht man Gas? RT, ganz normal. Ah, ja, ja, ja. RTL. Und den ganzen Fahrwerk einfahren. Damit gibt's doch noch Düsenpower. Wie fährt man das Fahrwerk nochmal ein? Mit dem Analog-Stick. Warum ist das eigentlich wichtig? Weil du sonst nicht so hochfahren kannst, fliegen kannst. Auch wegen Aerodynamik und sowas. Achso, das war das. Ja, ja, okay. So, Raketen auswählen. Boah, ist schon geil. Ist natürlich schon geil mit dem zu fliegen. Aber ich glaube... Wie wählt man Raketen aus? So nicht? Alter, der Wagen ist ja der Hammer. Der liegt richtig gut in der Straße. Der gefällt mir richtig gut. Ah, Raketen sind ausgewählt. Und ich ballere mit A, ne? Ja. Ich habe einen angetitscht, da habe ich den anderen weggeballert. Hey, da probiert einer mich mit Raketen zu beschießen. Hast du einen roten Wagen? Mhm. Dann war ich das. Ey, du Assi. Aber ich bin... Ist schwer, ist sauschwer. Ja. Wow! Alter, ich bin kaputt. Yeah! Ey, du alter Luftprofi. Ich bin gegen ein Haus geflogen. Scheiße. Keine Leben mehr. Ist ja super. Das war ein langer Flug, meine Damen und Herren. So. Boah, alter, ist das geil, mit dem Jet zu fliegen. Ja? Nein, nein, nein. Kein, 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 nein, nein. Ich sehe, dass hier gerade aufs Brauch seine Pest wegkriegen wird. Alle Sternen, Ben! Meine Fresse! Und der Gronkh ist wieder der Einzige, der natürlich das Fahrwerk nicht eingefahren hat. Alter, ich hab's eingefahren. Ich hab nur vor Aufregung wieder draufgedrückt, glaube ich, wahrscheinlich. Habe ich mir die Hose gemacht. Du fliegst falsch, ne? Also du musst die Jungs schon unten abknallen. Du bist zu weit vorne. Okay, er dreht. Oh, er macht ein Looping. Eie, sieht das aus. Oh, oh. Ich alle nix Gutes. Guck mal, beim Tobi. Der Tobi ist natürlich ein Fliegerass, meine Damen und Herren. Ja, der war ein Air Force-Pilot, ja. Wow, scheiße. Oh nein. Oh, der Tobi. Unnötig, aber geil. Der Tobi hat das an jemanden anvisiert. Gott, ne, ich hab'm Auto. Scheiße. Keine Leben mehr. Oh, Gong ist tot. Scheiße. Oh, geil, Alter. Düsenjetfliegen ist total geil. Ja, ja. Aber man wird zu verleidet, Dummheiten zu machen. Ja, ich bin ja auch gerade extra so ins Haus gedüst, weil es einfach zu geil Laune macht. So Looping und dann einfach bam. Ich schalte auch gerade mal, ich schalte auch mal gerade auf dem Tobi-Nator. Wer fliegt denn noch hier von euch? Tobi. Könnt ihr eigentlich nur beim Team gucken, oder? Jetzt noch bei mir. Nee, nur beim Team. Tobi, hol in dir. Komm, Tobi, hol in dir. Dux, komm. Ah, fuck it. Zu Spiegel rüber. Currywurst wurde erledigt. Gar nicht gut. Von Saint-Snappal. Oh, Tobi, geiler, geiler... Alter, der Typ kann schießen, der Currywurst abgeballert hat. Ja, Tobi kann auch super fliegen eigentlich, ne? Ja. Und, oh, schade. Das hätt ich dir gegönnt, Mann. Und man muss dazu sagen, ich fliege gerade mit einer, fast einer Sekunde Delay hier. Weil meine Aufnahmebox rumspackt. Sitts Herr Delay bei dir, oder was? Ja, ja, genau. Mann, aber da fliegst du aber schweizig. Halt, aber wie du fliegst, mein lieber Scholli. Ich brauch ne Kotztüte. Na komm, na komm, na komm. Ach, nee. Das ist noch nicht. Der fährt aber auch gut da unten. Ja, wer ist das? Wer ist im gelben Wagen? Weiß man das? Hoch auf dem gelben Wagen. Ihr seid solche Beanies, Jungs. Sitts ich beim Fahrer vorn. Du musst dir den Sarra zerholen. Du musst dir den... Ah, scheiße. Scheißdreck. Null Japan-Punkte. Deswegen hat der Walli die ganze Zeit die Fresse gehalten. Er wird immer konzentriert, wenn er nix sagt. Ja. Das hat immer so ne Quatschnase, da weißt du gleich Bescheid. Die Runners haben gewonnen. Ja, naja, naja. Aber verdient, verdient. Aber die Runners haben es auch ehrlich gesagt einfacher. Das stimmt, weil Kampfjetfliegen ist gar nicht mal so einfach. Ich bin der Einzige, dem das gefällt. Doch, doof. Mir auch. Hey, ich war so gut wie Currywurst. Immerhin. So, was machen wir jetzt? Kein Rennen. Von den Sternen in die Motorradrennen. Nein. Aber ein Fallschirmsprung. Das können wir doch zum Abschluss mal machen, oder? Genau. Ein Fallschirmsprung? Wo ist denn hier ein Fallschirmsprung? Mission, hier oben. Palito Bay. Last Man Standing hatten wir ja schon. Ach da. Komm, lass mal den Fallschirmsprung machen. Nimm das unten links am besten. Maschinen in der Grube ist natürlich auch geil. Das ist Last Team Standing, ne, Palito Bay. Ach so, Stadion Town. Biesruten Sprung. Manchmal muss man etwas tiefer schürfen nach dem süßen Dopamin. Und dieser Sprung holt es, was? Bitte was? Ist das ja weg. Mary, where's the security consulting? Oh, was möchten Sie denn haben? Ich hätte gerne eine MG. Ja, einen Moment bitte. So, bitteschön. Die sind hier im Gay Club. Ach, da fühl ich mich am Ballsten. Oh ja, Tobi. Tobi, du bist eine Frau, du darfst nicht mitreden. Ja, stimmt, Tobi. Du hast kein Kühlschirmsprung. Fickt euch doch ein, einfach. Manchmal muss man etwas tiefer schürfen nach dem süßen Dopamin. Und dieser Sprung holt es aus jeder Tiefe. Ein steiler Fall aus 5970 Fuß Höhe, der zu engen Kehren und Baumwiffeln führt. Ich habe nur eng gelesen. Erforderlicher Rang, 25. Ach super, ich bin 13 übrigens. Und das ist, wo der 86% hat das. Also es ist durchaus beliebt bei den Spielern. It's the me, Mario. Weil wir sind ja die Kleinsten in der Runde mal wieder. Ich bin immer der Kleinste. Ihr habt doch den Kleinsten. Tobi, jetzt aber. Ich muss nicht offline leveln, um mir einen zu wichsen. Kontostand. Geil. Du hast mich ja nicht ausreden lassen. Ich wollte sagen Kontostand. Ja, ja, ja. Ach, schön. Ich schwette auf Currywurst. Wie du immer nur dein Geld verdoppeln willst. Currywurst ist ein super Typ. Ich schieße Currywurst jetzt ab. Gleite durch Kontrollpunkte, um Punkte zu erhalten. Alter, ist das hoch. Um mehr Punkte zu erhalten. Drücke X zum Sch... Okay. Alter, ist das hoch. Nee, oder? Hui. Springt man automatisch ab? Nee, musst X drücken. Ach so. Juhu. Oh, ist das geil, ey. Ist das geil. Boah, ist das hoch. Ja. Ach, scheiße. Ich muss ja wirklich den Fallschirm ziehen. Wie behindert. Du kannst doch zulassen. Nee, ich dachte, wir können die Kontrollpunkte so einem freien Pfeil zufliegen, wisst du? So wie bei Saints Row? Boah, es ist aber gar nicht einfach, ne? Boah, es ist mega schwer. Tobi hat wieder eine LSD. Piss dich. Oh, 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 oh. Ja, den ersten habe ich. Aber ich werde letzter, so oder so. Obwohl, es geht eigentlich nur darum. Boah, ich finde das extrem schwer. Geht nur um Punkte? Nein. Boah, es ist echt super schwer, ne? Ja, scheiße, ich habe den Punkt verkackt. Ich auch. Oh, den habe ich jetzt auch verkackt. Scheiße. Alter, ist das krass. Aber es sieht unfassbar geil aus. Boah. Flieg dahin, flieg dahin. Tobi, hast du alle Punkte bis jetzt erreicht? Ja. Krass. Aber der Tobi spielt ja auch heimlich die ganze Zeit. Nein, Alter, ich bin genau dran vorbeigewempst am Kontrollpunkt. Das darf doch nicht wahr sein. Boah. Ich verpasse ja alles auch. Boah, und hier musst du schnell wieder hochziehen. Hochleck. Alter. Hilfe. Ah, schon wieder. Nein, komm schon. Das ist echt krass. Boah. Ich mache immer noch fünf Punkte. Oder zehn oder zwanzig. Da hat einer noch 180 Punkte. Ach, Playmassive, du bist ja da unten. Ich habe 65. Geh mal weg mit deinem Fallschirm jetzt. 65 habe ich, Jungs. Ich glaube, wir bremsen uns gleich gegenseitig aus, lieber Walle. Ne, es geht. Was habt ihr denn für ein Fallschirm? Hat der andere von euch einen blauen? Ich habe schon wieder einen schwarz-gelben. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, dann bist du jetzt vor mir. Nein, wir sind noch viel zusammen, der Erich und ich. Wir sind zusammen? Was ist das denn jetzt für eine Ansage? Endlich ist es mal raus. Aber mich auslachen, weil ich mir oft allein einen wichse, weißt du? Wir lachen nicht, wir respektieren das, Bruder. 130, immerhin. Ich will dir noch nicht mehr in die Hand schütteln. Das ist mir, glaube ich, kein da. Kannst du auch was anderes schütteln, wenn du willst. Also hier, die Schneise ging ganz gut, ne? Ich bin tot. Ja, die Schneise war super. Null Punkte. Und jetzt landen da unten? Ja, genau. Alter. Geil. Oh, geil. Ich bin der Einzige, der null Punkte hat. Habe ich es geschafft, habe ich es geschafft. Ich bin ganz kurz daneben gelandet. 165 Punkte. 180 Punkte. Ach, mal schlechter. Naja, das muss ich aber nochmal übeln. 185 habe ich eigentlich gemacht. Das muss ich aber nochmal übeln. Nie beendet? Hä? Nie beendet? Was ist das denn? Du bist daneben gelandet. Ach, Alter, leck mich doch. Ich bin im Kreis gelandet und dann rausgerollt. Genau, ja, bei mir auch. Du Kackbun. Ich hatte 195 Punkte, was ist das denn für ein Scheiß jetzt? Ja, aber echt mal. Gefällt mir nicht. Lass den töten. Immer die Option, die man sich frei hält. Lass den töten. Oh, nie beendet. Gefällt mir nicht. So. Currywurst hat 1000 Dollar verloren. Okay. Ah, der Currywurst hat sich selbst gewettet. War der Curryking? Naja, tut mir leid. Oh, mal haben wir doch Curryking. Ich habe Geld gemacht, oder was? Ich habe doch auch 400 auf Currywurst gesetzt. Weil ich dachte, er wäre der beste Flieger der Welt. Boah, jetzt habe ich auch nicht Druck auf so eine Currywurst. Dann frag mal den Tobi, der schüttelt die immer. Der rote Currywurst. Komm, eine Sache machen wir noch. Im Studio ist Last Man Standing. Wollen wir noch ein Deathmatch machen hier? Einfach alle gegeneinander nochmal. Deathmatch? Ein Deathmatch? Ein Deathmatch? Death. Will Smith. Deathmatch? Ist das ein Programmiermatch, oder was? Die Kommune 0. Kommune ist immer gut. Kommune 0. Ist das Deathmatch? Tränke den Baum der Freiheit mit dem Blut von Leuten, die Patrioten sein können, aber nicht müssen. Okay. Hä, was ist das für eine Ansage? Ja, das ist Michael Manson und so. Team Deathmatch oder normales Deathmatch? Normales, oder? War normales. Jeder gegen jeden wäre eigentlich lustig. Okay, dann machen wir jeder gegen jeden. Und mach Zeitlimit, mach Zeitlimit 15, mach Kills 30. Ah, ich hoffe, dass, ich hoffe nur, dass keiner ne Sniper, weil sonst ist ja eh wieder vorbei. Weil wir werden eh ablosen, ganz ehrlich. Also ich werd dir sowas von verkacken, weil das hängt wieder voll vom Level ab. Alter, was ist denn das für ein Wort? Deathmatch am antikapitalistischen Schrägstrich Landstreicherlager. Verstehen Sie? Ah, jetzt machen wir doch Team Deathmatch. Ich dachte, alle gegeneinander. Nee, ich hab eigentlich normale eingestellt. Ah, nee, doch, ist jetzt alle, okay, ist alle gegen alle. Also, eigentlich müsste das funktionieren. Ja, haben Sie gut gemacht, Herr Sarraza LP. So. Gewonnen 0, verloren 2. Ich will gern auf wen anders wetten als mich. Boah. Das ist deine Strategie? Ja, dann kann ich wenigstens ein bisschen Geld verdienen hier. Ich hab ne Idee, ihr wettet auf mich und ihr lasst mich gewinnen. Okay, wir waren alle weg, außer wir können gar nicht auf dich wetten hier bei dem Game. Ich? Ich hab meine Bubs an. Okay, let's go. Kann natürlich auch sein. Let's go, let's flow, mein Freund. Alter, scheiße, wo stand ich denn hier? Ich hab von dir geträumt. Alter, tot. Direkt tot. Hi, hi. Hä? Ha! Ach, alter, das gibt's gar nicht. Scheiße. Der Wichser, der ist bei mir noch auf dem Radar. Ach, scheiße. Alter, wie schlimm. Bist du auch direkt tot? Ich auch. Ich bin, ja, ich bin... Oh, ich bin auch tot. Bei mir war der aber schlau. Der hat sich genau in Deckung gebracht und dann kam ich genau in die Ecke. Alter, ich hab null Schnitte. Ich komm hier rein, ich bin vorne und bin direkt tot. Boah. Alter, krank dir eh. Willst du mich verarschen? Boah, alter. Ey, was? Was? Der Avenger muss ne Mega-Rüstung haben, alter. Ja, bei mir grad auch einer. Ich schieß auf den und dem passiert einfach nichts. Ja. Ey. Das liegt aber, glaub ich, daran, dass die so hochlevelig sind. Ich glaub, das liegt daran, dass die so hochlevelig sind. Ich hab den Avenger getroffen und der hat mich trotzdem kalt gemacht. Ja, bei mir mit dem Avenger genauso. Ich weiß gar nicht, warum. Okay, jetzt hab ich den Tobi wenigstens mal erwischt. Ja, okay. Aber wer läuft denn da hinten? Wer läuft denn da hinten? Ja, alter. Ey, ich... Du startest hier mitten im Gemetzel. Der Playmassive durchsiebt. Wahnsinn. Hier gibt's einen, der ist schon voll weit, ne? Der hat schon vier Kills. Boah. Tobi, ach so, okay. Ja, ja, okay. Dennis, wir sind Brüder, Blutsbrüder. Wann hab ich denn das jemals gesagt? Ich hab immer gesagt, ich hasse dich, verpiss dich. Ja, okay. Ey, ich hab sowas von keine Chance. Das ist echt der Hammer. Ey, du bist doch hinter mir gespawnt, alter. Ich bin ein Kämpferschwein. Ja, ich krieg aber nur euch ungekillt. Die anderen sind viel zu krass. Ja, die haben einfach auch mega Rüstung und so. Nein, 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 nein. Ja, du warst noch im Spawn. Ja, im Spawnschutz. Ja, aber der ist viel zu kurz. Scheiße. Eigentlich ist das echt ein Witz, weil wenn du jetzt zwischen anderen startest, hast du keine Schnitte. Und der Sniper hat die ganze Zeit da hinten irgendeiner rum. Ja. Haha. Lustig. Alter, mich gelose. Versteckt mich ja gerade in Häschen einfach. Hier liegt voll viel Kohle am Boden. Alter, Avenger. No. Rache ist süß. Bäh. Rache ist Blutwurst. Emma. Rache ist Emma? What? Hab ich auch verstanden. Nein. Doch, Saratzer. Der Avenger ist, Alter, der ist zu krass. Oh, was ist das denn? Oh. Ich hatte gerade den Gong vor mir stehen, aber der hat es nicht realisiert. Der Black Peace räumt da. Boah, das weiß ich nicht, ey. Entweder Outdoor Aim richtig oder gar nicht, ey. Das ist doch so behindert. Boah, der Saint Snarpalm hat schon neun Kills. Ah, Alter. Level 46, naja. Keine Chance. Nee. Ich habe halt auch nur die ein bisschen billige Mikro-Uzzi. Huch. Was war das denn? Doppel der RP gibt es jetzt. Ach komm, da bin ich gerade in einem Fight, ey. Ey, Alter, ich habe dem sogar geholfen. Ich soll es erledigen. Ohne Scheiß. Yes. Nullschnittig. Ich bin hier einfach nur, werdet ihr nur weggeknallt. Ich bin so volle Punkte lieferant. Pilserie. Scheiße. Ja, den Gronkh mache ich platt. Ja, ich habe so eine unauffällige rote Jacke an. Alter. Ich bin voll schlecht, Alter. Ich bin voll schlecht. Ach, das gibt es doch nicht. Ich bin auch überschlecht. Dieser Saint Snarpalm hat mir rundum ab. Aber es macht trotzdem irgendwo Spaß. Nur, ja. Weil man noch weiß, dass man kein Geld verliert. Man läuft da, man läuft da. Das ist auch geil. Nein, das gibt es nicht. Alter, der Avenger hat einfach kein Leben mehr. gehabt, eigentlich. Ich dachte, die gehen. Der Heidetraut von hinten. Der Stricher, Alter. Oh, geil. Gibt es gar nicht. Ich spawn die ganze Zeit vor anderen. Das ist so hässlich. Ja, das ist so bitter. Ich weiß nicht mehr, was du meinst. Sind wir vielleicht zu viele hier auf der kleinen Map? Kann das sein? Ach, du Scheiß, Alter. Alter, ich hatte Gronkh.de gerade im Visier, aber er war noch im Spawnschutz. Nein, Mann. Der Avenger schon wieder. Das gibt es ja gar nicht. Scheiße, Mann. Ich, Alter, kennt mich. Boah, ich bin der schlechteste Spieler der ganzen Welt. Außer beim Autorenner. Nein, da hatte ich mal den ersten. Ah, das ist viel zu viele Leute hier. Alter, mach ich gerade extra, dann knallt mich der Gronkh von hinten um. Ach, das gibt es doch gar nicht. Schwer, ne? Der Napalm schon wieder, Alter. Das gibt es doch gar nicht. Ja, ich habe ihn. Ich habe ihn, den Napalm. Wie macht der das? 15 Kills? Alter, wie macht der Typ das? Der hat doch eine Robocop-Rüstung. Ich schwöre es. Wie viele sind denn hier im Spiel? Ja, und den habe ich auch erledigt. Sehr schön. Alter, ich gebe diesem Napalm den Header und der stirbt einfach nicht. Das kann doch gar nicht wahr sein. Geile ist, ihr wisst alle gar nicht, wo ich bin, weil ich einen Schalldämpfer habe. Ist der so effizient, so ein Schalldämpfer? 250 Dollar auf mich. Ich habe doppelten Schaden. Alter, der müsste doch hier stehen. Ja, das bist du, Gronkh. Ah, fuck it. Ja, musste leider sein, aber ich bin auch gewichtet. Es ist aber echt bitter mit diesem billigen Mikro-Uzis. Trauerschwein. Ich bin tot. Kriege ich einfach gar keinen. Boah, der Typ muss jetzt voll die Knete absahnen hier. Alter, die Sanne abheilen. Huch, was war jetzt? Du bist Sechster. Naja, ich bin Letzter. Ziel nicht erfüllt. Erlebt ihr ein Spiel am Naka? Hä? Wusste ich nicht, dass wir was sollten. Bei mir in den 30 Sekunden erster Gegner. Aber 1410 verdient. Ich habe 4780 gekriegt. Naja, nein. War lustig, aber ich bin halt echt chancenlos. Boah, der Napalm ist aber echt krass, ne? Der gewinnt hier in einer Tour alles irgendwie. Habe ich das Gefühl? Ja. Muss man mal die Xbox wegnehmen. 17 Mal gestorben. Muss man mal die Xbox wegnehmen. 17 Mal gestorben. Ronddae gefällt das nicht. Naja, der Schnitt war nicht super. Muss man sagen. Ich bin aber einfach reingerusht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich habe mich die ganze Zeit wieder respawnt. Boah, der Napalm, 20 Kills. Das gibt es ja gar nicht. Der macht seinem Namen alle Ehre. Ja, die 17 davon waren von mir. Was wollt ihr machen? So, freier Modus. Wie wäre das denn mal wieder? Ja, gute Idee. Bin ich auch für. Oder? Ja. Gehen Sie mal da rein her. Ja, ja. Ihr kleinen Paradiesvögel. Mal gucken. Ja, wir machen jetzt eh, glaube ich, mal einen kleinen Feierabend. Ja. Boah, ja. Sollten wir. Wir sind ja schon wieder in Überlänge gerade. Ja, echt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Sorry fürs Folgenbeenden, aber es muss ja leider irgendwann immer passieren. Ja, tschüss. Bye, bye. Tschüss. 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 Ja, ich weiß, du bist ja auch verklemmt meistens. Ich muss nicht sagen. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Ich bin gestillt. Beste Abmoderation ever. Bis zur nächsten Folge. Tschau. Tschüss. Und ihr könnt meine Telefonnummer haben. Bitte nicht. Schon wieder. Tschüss.